Ein wunderschönes Hallo und Willkommen beim zweiten Goldspiel für die Xbox 360 im Juli. Und es ist Gears of War 3, ein super Game, kostenlos für alle Goldmitglieder. Da werde ich jetzt ein bisschen Missionen zeigen und ein privatet im Multiplayer-Match. Dann kriegt man einen guten Eindruck. Und... Wir fangen mal sofort an. Keine Zeit verstreichen lassen. Äh, Kapitel auswählen. Irgendwie kann ich hier keine Kapitel mehr anwählen. Warum auch immer. Irgendwie ist alles... ...wieder versperrt. Warum auch immer. Dann machen wir halt von da. Flässig. Mein Wahnsinn, ich war auch wieder weg. Es gibt es nicht. Ja, Gears of War 3 hatte damals ein paar Probleme. Da ist jetzt immer wieder verschwunden ist und wieder gelöscht wurde. Einzigste, was jetzt immer blieb, sind diese Medaillen. Die werden nicht mehr zurückgesetzt. Und äh... Und äh... Level vom... ...vom GameAttack. Wird auch nicht zurückgesetzt. Jack, brich die Tür auf. Was macht ihr denn hier? Euch hier rausholen. Hier, legt das an, ihr werdet's brauchen. Dafür kannst du in echte Schwierigkeiten kommen. Jetzt nicht mehr. Die Dinge haben sich geändert. Dein Vater, er braucht dich. Mein Vater? Aber er ist fort, Anja. Er ist tot. Nein, er ist dort draußen. Er braucht dich. Anja, warte. Was zum Teufel ist hier los? Anja. Endlich wieder Gears of War 3. Nächsten Monat im August kommt ja die Neuauflage von Teil 1. Da freut mich riesig drauf. Die Locust sind zu seinem Haus durchgebrochen und ermutztet. Ne, 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 Wurte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Morcus, was um Himmels Willen macht ihr hier? Ihr werdet hier draufgehen. Alle, beide. Komm, Dad. Ich hol dich jetzt hier raus. Ich muss meine Forschungen sichern. Das ist wichtig. Verstehst du das? Dad, lass einen Kampel. Okay, alle schnell in Deckung. Alle in Deckung. Da sind schon die bösen Locust. Das ist natürlich nur eine Traumwelt. So sieht Gears of War eigentlich nicht aus. Er hat sich nur für die Arbeit meines Vaters interessiert. Seine Forschung. Schlammwerfermann. Er wollte seine Arbeit retten und ich wollte ihn retten. Ich habe Befehle missachtet. Es kostet uns die Schlacht. Oh, nochmal. Das Kriegsgericht nicht gewohnt. Wir wollen die Lebenszeit und Freiheit einschlafen. Der Krieg ging also weiter. Ich habe auch geblaschen. Ich habe auch geblaschen. Dort ist er. Aber du kannst nicht jeden retten. Zuhören. Marcus, Phoenix und Gefahrenwache sofort zum CIC. Phoenix, Santiago und Straten. Meldet euch sofort bei CIC. Ein Altraum. Ja, ja. Habt das schon beim ersten Mal gehört. Oh Gott. Dann nicht. Soll ich glaube ich Dominic finden? Hey Phoenix, suchst du nach Santiago? Genau. Schon okay. Ich weiß wo er steckt. Leuchten des Storks entdeckt. Schadensteam sofort auf den Hallerweg antreten. Sämtliches Personal... Komm schon, Dorf. Panzer dran. Ich muss mich um die Pflanzen kümmern. Was nicht wächst, können wir nicht essen. Klar? Ich denke, die Radieschen kommen eine Weile ohne dich zurecht. Okay, bringen wir das zu Ende. Jetzt muss ich den Jace hohen. Der müsste hier oben sein. Der Raven kommt zurück. Sam und Cole sind doch eben erst los. Ah, vielleicht hat Bert sein Geld vergessen. Ah, das ist das interagieren, ja, ja. Oh. Jiii. Das ist das für heute. Los geht's, bitte. Die Legende Coltrane. Ja, auch wenn sie noch immer werden sind. Da warte ich trotzdem ständig, dass sie Kulten ausspucken. Ich meine, du bist nur das alles tot, jetzt tot. So. Ein Piloter, der zählt, der hätte letzte Worte rein. Komm schon, Chase. Es gibt Arbeit. Die Storks erwarten uns. Alles klar. Sekunde. Verdammt! Hab's beinahe geschafft. Der ist doch bestimmt zehn Jahre alt, Mann. Du wirst dir den Magen auskutzen. Ja, nun den Preis bin ich bereit zu zahlen. Jungs, CIC. Jetzt. Jetzt müssen wir es wohnen, ja. Hier spricht Captain Michelson an alle Schiffe. Wir sind jetzt in Gewässern der Leuchtenden. Alarmstufe 1 und Einsatzbereitschaft. Zumindest nimmt der Alte die Bedrohung noch ernst. Die Leute scheinen zu vergessen, wie es hier zu kommen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Klavierst du? Diese Drecksdinger sind da draußen und ich bin bereit für sie. Wie, die Waffenkammer? Wir sind jetzt seit drei Monaten in Alarmbereitschaft. Keine Polypen. Der Leuchten müsst es weg, Mann. Ja, erzähl mir das, wenn dir einer am Bein hochklettert. Ja, ja, verstehe. Hey, löst weg. Du hältst Dom von seinen Radieschen ab, Lieutenant. Ich hoffe, es lohnt sich. Sich lohnen? Wahrscheinlich nicht. Ein Schock? Schon eher. Rat mal, wer von den Toten auferstanden ist. Gibt es einen Preis zu gewinnen? Vorsitzender Prescott. Was? Echt? Du meinst Ex-Vorsitzender Prescott. Das Arschloch. Er hat sich vor 18 Monaten aus dem Staub gemacht. Und was will er jetzt? Den roten Teppich? Das werden wir gleich sehen. Tram, Schiff Sovereign. Warten. Ah, das Popcorn. Und die gute Anja hat die Stimme von Cortana aus Halo. Was ich eigentlich ziemlich cool finde. So. Jetzt können wir weiter. Ein bisschen mach ich noch die Mission. Waffe, Waffe. Eine gute Lenzer. Position. Leuchten begreift an. Steuerbord. Unbekannte Form. Unbekannte Form? Eine neue Art Leuchten. Guter Zeitpunkt. Kein Dichter. Kommt schon, Leute. Liegt wir uns da. Ah, da sind diese fetten Leuchtenden. Ich wollte ihn doch zersägen. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kommt schon. Kommt mir. Gut Zeitpunkt. So hässlich. Die Granaten kann man natürlich auch werfen. So wie die gute Anja oder wer gleichzeitig gemacht hat. Und wie haben wir denneeren? Ach... Du bist doch... Du musst töten! Töt ... Tötten? Ah... Es gibt doch... Husser bräuchte ihm unten runter! Alles klar! Gesichert! Erstmal! Super. 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 So, hier werde ich jetzt Schluss machen. Gucken wir uns noch ein Stück Multiplayer an. Eine kleine private Partie, machen wir mal ähm Machen wir mal Team Deadmatch Respawns, machen wir mal Szene Zwei Machen wir mal auf Normal Einfügen Okay, das müsste eigentlich hinhauen. Ah, eh eine kleine Partie, denn es ist auch gut. Lahn tut es eigentlich auch immer sehr schnell. Hier werden wir mal die guten Locust nehmen. Äh, was nehmen wir denn? Die ist gut klein. Den will ich nicht. Oh, was ist das? Nee. So, das ist schon viel besser. Bei den Locust nehme ich immer die hier hin. Rahm, den habe ich schon immer genommen, seit Teil 1. Der ist einfach nur Hammer. Das andere wird alles zufällig zugeordnet. Ähm. Hier mache ich mal auf Standard Einstellung. Ah, Standard. Ich muss es jetzt auch gespeichert haben. Oder auch nicht. Ich speichere das nicht. So. Dann kann es ja losgehen. Diese Multiplayer-Karte, die ich jetzt ausgewählt habe, ist glaube ich aus irgendeinem DLC. Die ist nicht standardmäßig bei Gears of War 3 bei. Ja, bei Gears of War 3 habe ich alle DLCs. Dann kann es ja auch wieder Waffen wechseln. Dieses Standard. Retro Lancer, Lancer, Knasher. Dann diese... Ich weiß gar nicht, wie die andere Shotgun heißt. Uh-ha. Oh mein Gott. Hilf mir. Okay. Vorne müssen eigentlich Granaten liegen. Jemand schon geklautert. Oh. Liebe Kerze. Ich habe noch keinen Abschluss. Ich sehe aber auch nichts. Obwohl es nur KIs sind. Das ist schlimm. Ich bin tot. Ich bin tot. Gegen eine Dämmische KI. Okay, ich bin eingerostet. Ist auch schon ewig her, wo ich das mal wie ich gespielt habe. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin voll. Nein. Ich bin tot. Ich glaube nicht, dass ich das erste Mal habe, dass ich die Granate anheften konnte. Ich glaube nicht. Kommando Doom ausgeschaltet. Doom? Dom? Dom heißt er so. Doom. Hier sind ja meine Leute. Ja, die hat diese andere Schöptern. Wie ist denn das? Überbelebung! Na komm, hinter! Bam! Also mal schön den Kopf weggetreten. Dran Franaten? Sehr cool! Hat er überlebt? Nein! Gold! Gold Train! Jetzt hat er abgestaubt. Das sieht's ja wohl nicht. Er rennt natürlich rein. Der Retro Lancer macht wirklich extrem Schaden. Aber der versieht auch total. Aua. In der nächsten Runde müssen die Waffen spawns wechseln und dann müssen Sprenggranaten da liegen. Jawohl! So langsam kommt man hier rein. Widerbelebung! 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 Ich bin mit dem Fortschritt zufrieden! Ich bin mit dem Fortschritt zufrieden! Ich bin mit dem Fortschritt zufrieden! Widerbelebung! Ich bin mit dem Fortschritt zufrieden! Ich bin mit dem Fortschritt zufrieden! Ich bin mit dem Fortschritt zufrieden! Widerbelebung! wie war das? irgendwie ging das so wie die Butts gerade gemacht haben uuh 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 aua nein nein aua aua ok da wollte ich wieder viel zu viel wie die KIs immer ballern ist auch wieder extrem geil oder wie sie immer gucken immer noch keine da ich wollte auch mal Granaten wiederbelebt wiederbelebt uuh uuh ich hab ihn wiederbelebt da ist mein kollegen ruf uuh uuh immer noch keine da wer hat denn die? die müssen verbraucht werden dass wieder neue erscheinen uuh 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 sprengis ich find diese mega uuh 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 du uuh 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 tut Kann man sie noch zünden? Boom, boom. Ne? Oh, oh. Was? Die lag vor mir bei der Barrikade. Wie kann ich da sterben? Ich hab mich verletzt. Ich hab mich verletzt. Wir sind Zeugen des Töre. Die ist ja schon älter. Aber damals, zum Anfang, hat es mega Spaß gemacht. Online, alles. Jetzt würde ich es nicht mehr so spielen. Privat ein bisschen. Die Missionen alle. Da würde ich auf die neuen Teile warten. Nächstes Jahr kommt da schon Gears of War 4. Ja. Schauen wir mal, ne? Hier wechselt sogar die Map automatisch im Multiplayer. Wenn man privat macht. Bei diesem blöden Judgment, was danach kam. Da hat es nicht mehr gewechselt. Da ging es im Menü zurück. Weil ich ein bisschen doof fand. Ja. Das war Gears of War 3, Leute. Für alle Goldmitglieder. Für Ende Juli. Für die 360. Mega. Mega. Wer es noch nicht hat, hol's euch. Ja. Dann sehen wir uns im nächsten Monat. Bei den 360 Spielen und bei The One. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Geinde. T・